Also was ist Buddhismus? Das ist meine Aufgabe, darüber ein bisschen was zu erzählen. Und ich dachte, mit dem Wort Buddha zu beginnen. Buddha ist genau genommen ein Titel. Das heißt sowas wie der Erwachte, der, der klar sieht. Also ein Titel, ein Name. Und wenn wir vom Buddha heutzutage reden, meinen wir in der Regel den historischen Buddha. Wir denken zurück zu Shakyamuni, das ist der Buddha, der vor ca. 2500, oder jetzt ist es mehr, Jahren lebte. Und wir kennen ihn vielleicht im deutschsprachigen Raum von Hessas Buch Siddhartha. Siddhartha Gautama war der junge Mann, der in wohlhabender Familie aufwuchs, behütet aufgewachsen ist und der irgendwie Fragen hatte. Und das ist so der Mensch, der sich auf die Suche dann machte, Siddhartha Gautama. Und man könnte sagen, ihm mangelte alles an nichts. War er wünschlos glücklich? Hätte er sein können. Hatte alles. Sehr bequemes, angenehmes, tolles Leben. Und trotz aller Fülle, trotz allem Reichtum, trotz allem Erfolg, er war sehr Erfolg, er war ein gut aussehender junger Mann. Und dann alles gelang ihm auch, trotz aller Fülle, spürte er in sich so eine tiefe Unzufriedenheit oder ein tiefes Unbehagen. Und in den Schriften ist da die Rede von einem Dorn im Herzen. Alles ist gut. Alles ist bestens. Es könnte mir nicht best gehen. Und dennoch ist irgendwo dieses, hm, hm. Wie auch immer wir es erleben. Wir erleben es unterschiedlich. Wenn wir still vor uns sind vielleicht, merken wir, restlos glücklich bin ich nicht. Da ist irgendwas, was noch zu erledigen ist oder was erfüllt werden möchte. Oder ich weiß auch nicht, was es ist. Aber diese Dorn im Herzen finde ich ein ganz passendes Bild. Und er beobachtete dann auch, dass alle Menschen ausnahmslos aus seiner Erfahrung, aus seiner Sicht, das auch zum gewissen Grad, auf unterschiedlichen Arten und Weisen, kennen und erleben. So das, was wir gemeinsam haben, wir müssen uns nicht kennen, wir müssen uns nicht mal mögen, wir müssen nicht miteinander befreundet sein, um zu wissen, alle kennen Geburt, alle kennen Älterwerden, alle kennen Krankheit und alle kennen Sterbentod, auch wenn nicht das eigene. Aber das kommt auf uns zu. Und das verbindet uns miteinander. Das ist ein Teil von dem Menschsein. Und diese Erfahrungen, Älterwerden, Kranksein, Wissen um den eigenen Tod oder um den Tod von Menschen, die uns nahestehen, das ist schmerzhaft. Das geht uns nah. Das rührt diesen Dorn im Herzen. Und deswegen wird oft von Schmerz auch im Buddhismus gesprochen. Eigentlich wird vielmehr von Leiden gesprochen. Aber ich persönlich finde das ein bisschen irreführend. Viele Menschen, die haben ein gutes Leben, sie leiden nicht, aber sie haben dennoch, die kennen diesen Schmerz, sind Dorn im Herzen. Es ist nicht so leicht, Mensch zu sein. Es ist eine ganz schöne Herausforderung, Mensch zu sein, klarzukommen und irgendwie glücklich zu sein, zufrieden zu sein. Und dieses Menschsein ist verbunden sowohl mit körperlichem Schmerz wie auch emotionalem Schmerz und seelischem Schmerz. Zum Teil, weil wir nicht alles in der eigenen Hand haben. Wir haben alles nicht unter Kontrolle. Das festzustellen, ist zwar sehr wertvoll, aber oft sehr schmerzhaft. Weil wir hätten es gern anders. Wir hätten die anderen Menschen anders, damit mein Leben einfacher ist. Und so weiter. Also der noch nicht Buddha erlebte innere Unzufriedenheit. Heute würden wir es vielleicht beschreiben als Frust oder Stress. Es gibt so moderne buddhistische Lehre, die dieses, wovon ich jetzt rede, wodurch es sich heutzutage bemerkbar macht, ist durch Stress. Dieser Schmerz. Und er sah, das ist überall, wo er überall verbreitet, wo er guckte, wo er mit Menschen zusammen war. So ein unbefriedigter Rest, so eine Offenheit, Unzuverlässigkeit ist heute auch eine moderne Besetzung von diesem Schmerz. Und wovon die Rede hier ist, wenn ihr heute nur ein buddhistisches Wort kennenlernt, es ist dieses Wort. Was ich versuche zu beschreiben mit all diesen Bildern, Dorn im Herzen, Stress, Frust, so ein Rest, Unbefriedigung, es ist Dukkha. Dukkha ist dieses, es gehört zum Menschsein. Und der Buddha hatte eine Frage. Und seine Frage war, wie ist dieser Schmerz zu überwinden? Das ist, worum es ihm ging. Was führt zum Ende des Leidens? Was hilft mir, mit diesem Dorn im Herzen zu leben oder mich davon zu befreien? Das war seine Frage. Warum können wir nicht restlos glücklich sein? Warum fühlen wir uns rastlos? Oder warum muss es immer mehr sein? Oder anders sein? Es ist nicht genug. Warum genügt es nicht? Warum genüge ich mir nicht? Das sind vielleicht heutzutage eher die Fragen. Also er machte sich auf die Suche. Wie ist dieses Schmerz zu überwinden? Und er hat viele verschiedene, unterschiedliche Übungen, Meditationen, Reflexionen, kennengelernt, geübt. Er hat beobachtet, was er erlebte. Er hat untersucht, er hat erforscht und vor allem in der eigenen Erfahrung. Er hat das angewandt. Er hat viel gehört und gelernt. Und dann hat er in seiner eigenen Erfahrung ausprobiert, sich gefragt, stimmt das? Kenne ich das? Erlebe ich das auch so? Also immer wieder zurück zu sich. Es ist wirklich interessant. Die Frage, die zentrale Frage des Buddhas war nicht, wer ist der Mensch? Was ist der Mensch? Sondern das Ende des Schmerzens, des menschlichen Schmerzens. Also er ging nicht philosophisch oder metaphysisch vor, sondern ganz pragmatisch, ganz lebensnah. Er zog sich zurück für seine Suche und er ging danach wieder ins Leben und hat versucht, das zu kommunizieren, was er als hilfreich erlebt hatte. Also diese Frage, was hilft in Frieden, in Reinen, in Harmonie, in Verbundenheit mit mir, mit anderen, mit der Umwelt zu leben? Also es ging dem Buddha um diese Herzensweisheit. Wie kann ich das herausfinden? Wie kann ich das leben? Und weniger um Wissen. Der Buddha war nicht allwissend. Im Buddhismus ist die Rede eher von Erkenntnis. Durch die Übung, zum Beispiel von Meditation, gewinnen wir Erkenntnis. Wir erkennen mehr für uns selber. Was ist hilfreich? Was führt mir zum Glück? Was führt weg vom Leid? Was steht mir im Weg? Es ist ein Erkenntnisweg, befreiende Erkenntnis, das aus Erfahrung gewonnen wird. So, Buddha ist dieser Titelname, der, der klar sieht. Jetzt müssten wir uns fragen, was hat er klar gesehen? Und das möchte ich kommunizieren mithilfe eines Gleichnisses. Das ist ein traditionelles Gleichnis aus der buddhistischen Tradition. Und wir kommen nochmals zurück zu unserem menschlichen Erleben. Wir alle erleben Schmerz, wir alle erleben aber auch Freude. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wir sind manchmal sehr glücklich und es ist toll und alles ist stimmig. Und dann gibt es Zeiten, wo wir etwas Unangenehmes erleben, wo es schwierig wird, schwierige Erfahrungen, schwierige Zeiten, wo dieser Schmerz spürbar ist. Das ist so, weil wir Menschen sind. Das ist ein Teil dieses Lebens. Aber wie wir darauf antworten, wie wir damit umgehen, das ist jetzt, was er klar erkannt hat. Erlebe ich etwas Unangenehmes? Was ist diese übliche Reaktion da drauf? Nee, will ich nicht. Weg. Entweder Abwehr, Abneigung oder Verdrängung, unterdrücken, ist zu schmerzhaft. Oder es ist in den Schatten da, das will ich nicht sehen. Also verdrängen, unterdrücken. Oder man fängt an, sich Vorwürfe zu machen. Ja, ich komme nicht klar. Müsstest du aber, solltest du aber, gerade in unserer Leistungsgesellschaft, dann kommen Schuldgefühle hoch. Und was war ursprünglich da? Eine menschliche Erfahrung von irgendeinem Schmerz. Vielleicht ist mir etwas nicht gelungen. Ich habe einen Fehler gemacht. Eine Beziehung ist zu Ende gegangen. Ich habe meine Arbeit verloren. Ich komme irgendwie mit mir nicht klar. Das ist schmerzhaft genug. Aber was wir tun ist, wir legen noch einen drauf. Und das Bild hierfür, was der Buddha benutzt hat, ist, ein Pfeil wird geschossen. Und du spürst den Schmerz des Pfeils. Ja. Verlust erlebt, Fehler gemacht. Das tut weh. Und dann schießt du dir selber einen zweiten Pfeil. Hätte ich nicht machen sollen. Ich war falsch. Ich war fehlerhaft. Oder Vorwürfe und Schuldgefühle. Also ich schieße mir den zweiten Pfeil. Und es geht um diesen zweiten Pfeil. Da haben wir eine Wahl. Da können wir was mit machen. Und genau das Gleiche ist, wir erleben alle angenehme Dinge, schöne Dinge. Freude ist in unserem Leben. was ist die, sagen wir, unbewusste, der unbewusste Umgang damit ist, toll, das will ich behalten. Und es soll immer, für immer so bleiben. Also wir greifen danach, nach dem Schönen, nach der Quelle unseres Glückes, wir greifen danach, wir halten es fest. Und wir möchten, dass es mehr wird. Die Natur der Dinge ist aber so, dass alles sich verändert. Auch die schönen Dinge. Auch die Quellen des Glücks, sie verändern sich. Also das ist auch vertan, oder fatal kann man sagen, wenn ich versuche, das, was angenehm ist, festzuhalten. Da schieße ich mir auch einen zweiten Pfeil. Dieser zweite Pfeil, das können körperliche Schmerzen sein, seelische Schmerzen, emotional geistige Schmerzen. Diese zweite Pfeil ist, der Umgang damit, ist hundertprozentiges, selbst verursachte Leid. Und das muss nicht sein. Und das ist, was der Buddha erkannt hat. Buddhismus bedeutet nicht, du wirst keine Probleme mehr haben, oder keine Schwierigkeiten. Aber du wirst Mittel haben, du wirst Erkenntnisse erlangen, wie du damit umgehen kannst, damit du damit in Frieden sein kannst. Also wir lernen, diesen zweiten Pfeil nicht mehr zu schließen, sondern Frieden zu schließen mit dem Leben, so wie es ist. Was nicht heißt, dass du passiv bist. Es gibt eine sehr schöne innere Qualität, weises Erwägen. Du wägst ab. Was ist hier hilfreich? Was ist heilsam? Was führt mich weiter? Was hilft der anderen Person? Und dann entscheiden wir, wonach orientierst du dich? Also dieser zweite Pfeil ist Dukka. Den Pfeil, den wir uns schießen, wo es nicht sein müsste. Und wo das Entdeckung, könnte man sagen, ist der Umgang damit, damit ich nicht noch mehr leide. Er hat einen Weg entdeckt. Er hat einen Pfad entdeckt. Und diese Pfad führt zur Aufhebung des Leidens im Sinne von diesem zweiten Pfeil. Ein Weg, der zu Freiheit von Anhaftung, Greifen, Eng, Klammern, führt, frei davon zu werden, frei von Abneigung, von Hass, von gegen das Leben sein. Das in sich ist schmerzhaft. Und frei zu werden von so innerer Verwirrung, so nicht wissen und unklar sein, das ist auch unbefriedigend. Im Buddhismus ist auch die Rede davon, von Verblendung. Als hätten wir so Schleier. Wir können nicht klar sehen, was ist hier wichtig, was ist hilfreich. Also sich davon zu befreien, das hat der Buddha entdeckt. Und das ist, was er dann gelehrt hat. Und es gibt sehr viele verschiedene Formulierungen. Eine sehr berühmte Formulierung ist, das ist der achtfache Pfad. Wie gehe ich vor? In allen Bereichen meines Lebens, emotional, rational, in der Kommunikation, in der Arbeit, wie kann ich üben, leben, mich schülen, dass es zu mehr Glück führt und nicht zu mehr Leid. Das ist die Essenz des Buddhismus. Und es gibt einen einfacheren, ich weiß nicht, wer einfacher ist, aber er heißt, der dreifache Pfad. Ist nicht einfacher, ist genauso anspruchsvoll, aber das kann ich besser erklären in der Kürze der Zeit. Der dreifache Pfad. Ein Weg, der besteht aus Meditation, ethisches Bewusstsein und ethisches Verhalten und Erkenntnis, Weisheit. Bevor ich das ein bisschen mehr beschreibe, es ist wichtig zu wissen, dieser Weg ist möglich für alle Menschen, unabhängig von Nationalität, Hautfarbe, Rasse, Herkunft, Geschlecht. Man könnte auch sagen Religion. Der Punkt ist für alle Menschen, die sich dazu entschließen, die bereit sind, ihren eigenen Herz und Geist zu schulen. Es ist ein Schulungsweg. Es ist möglich, dass wir uns entwickeln können. Ich sage gleich, wie, wozu, was sollte ich dann entwickeln, was sollte in mir wachsen? Es ist für alle Menschen möglich. Das buddhistische Menschenbild gibt es schon, ist auch mit dem Bild verbunden, Juwel im Lotus. Oft, wenn Buddhisten so Rituale durchführen oder wir verbeugen uns vor dem, was wir anstreben, legen sie die Hände oft so. und es ist, das ist ein Bild dafür, ich halte in meinen Händen ein Juwel. Ich könnte sagen, ich halte in meinem Herzen ein Juwel. Und diese Juwel wird gehalten in einem Lotus und indem ich mich übe und schule, mich besser kennenlernen, mein Geist Entwickler, mein Herz Öffner, öffnet sich das Lotus und dein innewohnendes Juwel kommt mehr und mehr zum Vorschein. Also das Bild ist, von Grund auf ist der Mensch ein Juwel. Aber wir wissen es vielleicht nicht so richtig. Wir leben es nicht so richtig, weil da ist noch eine Hülle drum. Und durch die Praxis können wir das öffnen und es kommt zum Vorschein. Diese Geisteszustände oder sagen wir innere Zustände, unter denen wir oft leiden, wenn wir unzufrieden sind, wenn wir ärgerlich sind, wenn wir etwas nicht haben wollen oder wenn wir verwirrt sind. Der Buddha beschrieb sie als Besucher des Geistes. Das ist nicht deine innewohnende Natur. Sie ist rein, wie ein Juwel, aber so wie vor der Sonne kommen Wolken. Es gibt Schatten. Manche setzen sich ganz schön hartnäckig nieder. Und wir glauben, das bin ich dann. bin eben ärgerlich und kurz angebunden und ungeduldig oder blöd. Ist nicht so. Es muss nichts mehr sein. Muss nicht so bleiben. Okay, also was wir tun dann, diese dreifache Fahrt will ich ganz kurz schildern. Meditation. Durch Meditation üben wir bewusster zu leben, mehr von uns mitzukriegen, klarer zu sehen, uns deutlicher kennen zu lernen und Ruhe, Sammlung zu entwickeln. Auch Freundlichkeit, Wohlwollen, Mitgefühl zu entwickeln, mit sich selbst, wie auch mit anderen. Die Antwort auf diese erste Fall ist erst mal Freundlichkeit mit sich selbst. Wohlwollen, okay, so ist es. Jetzt gucken wir, was weise und hilfreich wäre. Und diese Qualitäten führen zu einer Art innere Stärke, innere Zufriedenheit. Heute ist das Schleitwort dafür Resilience in Englisch. Gibt es das schon in Deutsch? Resilience. Es ist so eine Robustheit. Robustheit. Überall in Coaching, in spirituellen Kreisen lese ich jetzt dieses Wort Resilience. das, was ich erlebe, mich nicht umhaut. Oder dass ich mich nicht sofort damit identifiziere. Und ich verliere ein Gefühl für mich selbst. Also eine gewisse In-Sicht-Ruhe zu sich stehen. Und mehr und mehr entdecken, wer bin ich? Und was brauche ich? Also das ist so, was wir mit Meditation üben und entwickeln. Der zweite Bereich von diesem Weg ist, Ethik, ethisches Bewusstsein. Und das betrifft, wie ich mit mir umgehe, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich mit der Umwelt umgehe. Was für Werte habe ich da? Wonach entscheide ich, wie ich mich verhalte? Entscheide ich nur danach, was mir gefällt, wozu ich Lust habe? Oder beziehe ich auch mit hinein, naja, was sind die Folgen davon? Erkenne ich mehr die Zusammenhänge? Übernehme ich Verantwortung für das, was ich bewirke? Wir bewirken alle, wir wirken in der Welt, einfach so wie wir sind, wie wir auftreten, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir sprechen, ob wir jemanden anlächeln oder nicht, das hat eine Wirkung. Ob ich freundlich bin oder jemanden links liegen lasse, das hat eine Wirkung. Und das weitet sich aus, was kaufe ich ein? Bin ich mir bewusst, was die Folgen davon sind? Also ethisches Bewusstsein, mehr Verantwortung zu benehmen für das eigene Handeln und weniger die anderen sind schuld, sondern Moment, ich habe eine Wahl, ich treffe meine Entscheidungen und was ist die Grundlage für meine Entscheidungen? Das ist die Auseinandersetzung hier, so ein ganz großer Praxisbereich. Und dann, das führt fast diese beiden sich führen zu und man könnte sagen, sie entstehen auch aus Weisheit. Dies Weisheit, so tieferes erkennen, wie die Dinge zusammenhängen, wie sie entstehen und vergehen. Klarer die Realität zu sehen. Also zum Beispiel die Grundaussage des Buddhismus bezüglich Weisheit ist, nichts ist fest und dauerhaft. Handlungen haben Folgen und haben immer eine Rückwirkung auf uns selbst. Vielleicht nicht sofort, aber irgendwann. Und Veränderung ist möglich. Das sind die Grundaussagen. Und das ist ein Teil der Weisheit, dass ich das mehr und mehr als Orientierung annehme. Ja, Veränderung ist möglich. So wie ich jetzt bin, so bin ich, ich akzeptiere das, aber ich könnte mitfühlend werden. Ich könnte vielleicht geduldiger werden, offener werden, klarer, weiser werden, diese Möglichkeit für sich zu erschließen. Und es ist eine tiefe Einsicht in die Verbundenheit allen Seins. Eine vollkommene Synthese zwischen Mitgefühl und Weisheit. Es gibt auch ein Bild im Buddhismus. Ein Vogel braucht zwei Flügel zum Fliegen. Und der buddhistische Weg ist die Vervollkommnung, die Übung von Weisheit und von Mitgefühl. Und erst das zusammen macht die Befreiung aus. Und erst wenn es auch für selbst und andere geübt wird, könnte man sagen, macht es die Befreiung aus. Es ist nicht ein Weg, den man nur ausschließlich für sich geht. Wir können nicht verhindern, dass wir auf andere wirken. Unsere Freundlichkeit wirkt und unsere Feindseligkeit wirkt. Und das kann man auch bewusst verfolgen. Okay, ich wollte enden mit einem kleinen Zitat. Ein Schüler fragt den Meister, kann ich irgendetwas tun, um erleuchtet zu werden? Genauso wenig, wie du dazu beitragen kannst, dass die Sonne aufgeht. Wozu denn diese geistige Übungen praktizieren? Damit du wach bist, wenn die Sonne aufgeht. Es gibt sogar, habe ich jetzt gehört, ein Buch von einem Rapper aus Minden. Ich bin dann mal wach. Das ist die Botschaft des Gutes. Wach auf. Ich bin in die . Ich bin in in bin bin Untertitelung des ZDF, 2020